Ich kann sagen, hauenvolle Wettbewerb. Ja! Das ist nicht so. So, wenn es da nach der Daffelsform bereichnet, läuft in der Prüfung, die sind da schon einmal nennig, und die 3-Zeit-Schläge sind dann jeweils auf Bahn 4. Auf der Bahn 1, 1 auf 10, 1 auf 10, 3 auf 10, 3 auf 10, 5 auf 10, 2 ... 1 auf 10, 5 auf 10, 1 auf 10, 1 auf 10, 1 auf 30, 1 auf 10, 1 auf 10, 2 auf 10, Vielen Dank.